65 cm großer Yonsei Benigoi von der Marosei Koi-Farm. Der Koi ist weiblich und ein schönes rot. Es hat zwei so kleine Mini-Chimis drum. Da ist eins und da hinten was drüben. Aber das bleibt bei den meisten nicht aus. Das ist immer eine schöne Farbe. Das ist immer eine große Farbe.